Ja, wie man sieht, ich bin hier gerade in einem Glitch, in einem Gebäude mitten drin und ich weiß gerade nicht, wie ich wieder rauskommen soll. Vielleicht hier? Nein, okay. Aber die Leute haben Angst vor mir. Ich kann ihn verstehen. Ah, hier geht's hoch. Oder auch nicht. Also ich weiß, wie ich reinkomme, aber ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Ich werde euch nämlich gleich zeigen, wie man hier reinkommt. Aber erstmal muss ich hier selbst wieder rauskommen. Bzw. ich ziehe mir, glaube ich, gleich ein Save-Set. Ja. Okay. Gut. Ich zeige euch jetzt dann gleich, wie ihr hier reinkommt in dieses Gebäude. Und ja, da muss ich erstmal mein Spiel laden. So. Ja, dann bis gleich. So. Ich habe mein Save-Tick geladen, habe mein Motorrad geholt. Am besten würde ich euch das auch empfehlen mit dem Motorrad. Also man kann da auch reinlaufen, habe ich zumindest gesehen im Video. Ich habe es selber nicht hinbekommen. Ich kann es gleich nochmal ausprobieren. So, wir müssen hier hin. Zu der Stelle. Geben wir uns mal da hin. Ja, genau. Hier sind wir richtig. So. Gehen wir mal hier hoch. Also es handelt sich um diese Ecke hier vorne. Hier. Ich versuche da jetzt nochmal reinzulaufen. Oh ja. Ich war gerade schon fast drin. Ja, okay. Gut. Komme ich jetzt hier auch wieder raus? Eben habe ich es nicht geschafft. Ich wollte nochmal mit dem Motorrad reinfahren eigentlich. Ich will mich mal wissen, wie man hier wieder rauskommt. Vielleicht springen. Oder so. Ne. Geht gar nicht. Ja. Wie man hier rauskommt. Muss ich jetzt mal einmal schnell nachgucken. Dann kann ich euch das nämlich auch nochmal zeigen. Ja, also ich habe keine Ahnung, wie man hier wieder dann rauskommt. Ich habe mir jetzt nochmal mein Spiel nochmal neu geladen. Ich war jetzt hier nochmal mit dem Motorrad rein, um euch das zu zeigen. Ja. Gucken, vielleicht komme ich mit dem Motorrad wieder raus mit Glück. Naja, okay. Ich bin runtergefallen. Ich glaube, da komme ich jetzt auch nicht mehr hoch. Obwohl. Ne. Da ist irgendwie eine unsichtbare Wand im Weg. Wo ich jetzt gegen geflogen bin. Ja. Hier ist irgendwo eine Wand. Können Sie natürlich nochmal versuchen, aber... Obwohl doch, ja. Okay. Das hat schon mal geklappt. Und hier geht es wieder runter. Ja, okay. Ich bin draußen. Gut. Dann habe ich es auch nochmal geschafft, hier rauszukommen. Ja, das war jetzt mal ein GTA 5 Glitch. Das wurde mir vorgeschlagen unter dem letzten GTA 5 Video, dass ich auch sowas machen könnte. Also in die Richtung mit Glitches und sowas in GTA 5. Ja. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Also dir persönlich natürlich. Weil du es vorgeschlagen hast. Vielleicht kannst du das noch nicht, weiß ich nicht. Ansonsten natürlich hoffe ich auch, dass es den ganzen anderen, die zuguckt haben, gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video dann. Ja. Bis dahin. Haut da rein. Ciao. 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 Vielen Dank.